Mein Name ist Karl Keinrath. Ich bin 75 Jahre alt und trainiere seit 56 Jahren Fitness, Kraftsport und Bodybuilding. In der goldenen Ära des Bodybuildings begleitete ich Arnold Schwarzenegger als Trainingspartner und bestritt mit ihm meine ersten Wettkämpfe. In meiner Laufbahn nahm ich an über 70 Wettbewerben teil und wurde auch zweimal Weltmeister. Bodybuilding war für mich immer die schönste Nebensache. So ist es auch heute noch. Ich trainiere nach wie vor 5 bis 6 Mal in der Woche. Zusammen mit dem Ernährungsexperten und Trainingspartner Michael Bauer verfolge ich das Projekt Keinrath Bauer Fitness. Unser Ziel ist es, damit möglichst viele Menschen für den Sport zu begeistern und meine jahrzehntelange Erfahrung weiterzugeben. Ich werde oft gefragt, wie ich es über die vielen Jahre geschafft habe, so gut in Form zu bleiben. Mein bester Tipp. Niemals aufhören. Alter ist nur eine Zahl. Alter ist nur eine Zahl, die stre 믿 Nacht. Weiter ist nur eine Zahl, die Partner in Herani einer Stunde drinsteht. Das Name ist nur eine Zahl. Alter ist nur eine Zahl. Alter ist nur eine horrifying Hol dir jetzt unser E-Book Gold School Bodybuilding Alter, ist nur eine Zahl